Du musst immer genau wissen, was du tust. Das ist der Arbeit das Wichtigste. Wenn der Moment kommt, wo du einen kleinen Rückzieher machst, dann ist es am gescheitsten. Du schnallst ab und gehst heim. Einen Schlag, dann brauchst du nicht mehr nachdenken über die nächsten Meter. Dann denkst du nachher noch mehr nach, hoffentlich geht das gut aus. Streif, du bist ein helles Rettet. Ab 25. Dezember im Kino. Ab 25. Dezember im Kino. Ab 25. Dezember im Kino.